So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. No Scenator fährt in den Mercedes. Ich wähl kurz aus und wir sehen uns im Rennen. Hey, will schon aus? Hallo? Ah, endlich. La Bitsche. Bitch. La Bitsche. Das ist schon wieder die zweite Aufnahme für so eine Folge. Keine Ahnung wieso, aber die erste gefiel mir irgendwie nicht. Und das Problem ist, ich hab immer noch keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, ist klar. Banane. Na, ich wollte die gerade schießen. Und jetzt kommt ein roter, ist ja klar. Ja, nimm mich noch mit, komm. Also ich hab ne Hupe, wenn ich das schlau mach, dann hab ich die alle weg. Und ich hab genau niemanden getroffen. Ah, da ist ein Stern hinter mir, da ist ein Stern. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, 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 Stein. Okay, für das erste Rennen, dritter ist ganz okay. Hoch, die Hände. Und wir starten als erster. Was machen die dort unten? Die kommen irgendwie gar nicht voran. Nice, ne Hupe. Kann man die noch schlechter einsetzen? Komm, prank. Oh, da wurde jemand geprankt. Ich verlose eine Animal Crossing Switch plus Spiel. Ach man, ich möchte auch Animal Crossing spielen. Ja, ist klar. Dann spiel ich halt nicht. Achso, und noch kleine Werbung in eigener Sache. Folgt mir auf Insta. Ich hab da jetzt zum ersten Mal seit langem was Sinnvolles da gemacht. Und zwar hab ich ne Umfrage gemacht wegen nem Thumbnail. Okay, erster. Das Käse lernt. Ja, Party. Ich tanze im Käse. Jawoll. Also, jetzt wegen der Insta-Sache. Ich hab da zum ersten Mal jetzt was Schlaues gemacht. Den Motorfil gestartet. Nice. Und zwar hab ich beim letzten Part Pokémon, der jetzt, äh, scheiße. Also, da hab ich beim letzten Part Pokémon Schwert, also von der Hauptstory, der letzte Part, hab ich, ähm, zwei Thumbnails gehabt, bei denen ich mir nicht sicher war, welches ich nehmen sollte. Weil irgendwie, naaah, weil irgendwie fand ich das erste zwar geil, aber das zweite fand ich halt von, von den Farben her und der Umgebung passte irgendwie mir persönlich viel mehr. Und echt, wieso fahr ich? Ich hab mich selbst abgeschossen. Ähm, und ja, um dann das Thumbnail auszusuchen, hab ich dann ne Insta-Umfrage gemacht, welches ich dann doch nehmen sollte. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätt jetzt eher das zweite genommen, aber die Umfrage war mehr oder weniger klar. Ja, ist klar, ist gut. Ja, nochmal, ist gut. Also, ist gut! Darf ich jetzt auch mal ausreden? Also, die Insta-Umfrage war mehr oder weniger klar. Das erste Thumbnail hat, ähm, mit knapp 70% gewonnen. Und ja, deswegen folgt mir auf Insta, wenn ihr auch mal mitverantwortlich sein wollt, wenn jemandem das Thumbnail nicht gefällt. Und ja, deswegen folgt mir auf Insta, weil vielleicht könnt ihr ja die Nächsten sein, die schuld daran sind, dass sich die Hälfte der Zuschauer wegen dem Thumbnail aufregt, weil sie persönlich ein anderes gewählt hätten. Das war geil eingebaut. War geil eingebaut, die Werbung. Nice eingebaut. Hat überhaupt nicht gestört beim Video und es hat sogar, war sogar ein lustiges Element. Ja, das war jetzt scheiße. Komm, Prank! Ah, Prank! Ich wurde in der Runde auch wirklich nur Hops genommen. Hoch. Die Hände. Wochen. Ende. Und Fehlstart. Also, ich sollte mich mehr auf mich konzentrieren als auf die anderen. Ne Rote. Hä, wieso fährt die... Eben. Ah, Krabbe. Ah, runterfallen. Ich gebe mir einfach nur ein Köfte-Spiel. Ja, ist klar. Bomben-Prank. Zwei-Boost. Hä, von was wurde ich jetzt getroffen? Wieso feuiert man nach hinten? Ja, nice. Jetzt bin ich wieder neunter. Ja, achter. Oh, wir nehmen das Animal Crossing-Dorf. Mann, ich hätte so Bock auf Animal Crossing New Horizons. Schon wieder ein Filzstart. Wollt ihr mich verarschen? Schuss. Schuss. Nee, nicht mich. Hä? Von was wurde ich jetzt wieder getroffen? Ja, ist gut. Der scheint gar keinen Bock mehr zu haben. Dritter sogar. So, zum ersten Mal kein Fehlstart. Nee, du Spast. Nicht schon... Wieder. Nicht klauen. Zweiter? Ja, Zweiter. Mann, ich wäre Erster geworden, wenn mir das nicht geklaut worden. Wartet, ich glaube, dort will mir jemand was sagen. Haben Sie irgendwas verboten, das aus Niederlanden mitgebracht? Waffen, Beton, das ist harsches Marihuana. Ja, dann fahr ich einfach weg. Die kriegen mich eh nicht. Die kriegen mich eh nicht. Scheiße nicht, wo der wischt. Na, der ist hochentzündlich, der Typ. Mach mal die Heule aus. Guten Tag. Macht ihr mich eigentlich, ja? Die Polizei. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugstein auswärts gesehen. Er soll Kamera ausmachen. Wurrensohn. Wurrensohn. Wurrensohn bist du. Zweitausend Jahre später. Okay. Tschüssi. Alles gut. Leute, ich glaub's nicht, die haben mir schon wieder meinen Wagen weggenommen. Nur weil die Auge macht. Jetzt muss ich mit der Scheiße hier fahren. Ey, der Wagen ist so scheiße in den Kurven. Nicht in die Banane. Nice. Natürlich trifft er mich. Nicht schon wieder in was reinfahren. Ich bin jetzt nicht ernsthaft letzter. Doch. Ich wurde im Maricard noch nie so gedemütigt wie in dieser Runde. So, nehmen wir jetzt den Wagen. Der hoffentlich irgendwas kann in den Kurven. Aber der hat schon mal ein nices Tempo, muss ich sagen. Ja, Kurven ist ja noch ganz okay. Nee, bin ich dumm. Nee, jetzt kommt ne Rote, weil ich ne Rote geschossen hab. Der spielt nicht ernsthaft mit Bewegungssteuerung. Und das fangen wir an mit nem Fehlstart. Wieso bin ich immer der einzige Außenseite, was das Abstimmen angeht? Und da starten wir auch mit nem Fehlstart. No Scenator. Nee. Ich wollte sagen, no Scenator an die Macht. Okay, wir beenden jetzt die Folge mit nem dritten Platz. Oh nee, warte, doch nicht. Ich hab was erhalten. Ein Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du. Ich hab irgendwas erhalten, aber ich muss jetzt kurz nachgucken was. Also es ist ein Goldgleiter. Also es fehlen noch die Goldreifen und dann hätte ich das Set voll. Hey, äh, sorry for Flex, aber ich musste einfach... So, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.